Hey Leute, kommt doch kurz mit. Aber vielen Dank. Oh mein Gott, nein! Hey, kommt doch mit. So nicht. Was machst du jetzt? So Leute, ich will ein bisschen noch von unseren Sachen erzählen. Kannst du dich gerne setzen, ich kann ja dir davon erzählen. Und zwar, wir kriegen ja Spenden rein. Ja. Und wir verkaufen Merch, damit wir den Pott noch größer und dicker machen können. Das ist richtig. Ja, aber nicht nur das sind Möglichkeiten, wie man hier bei Friendly Fire 3. Oh mein Gott, das kann doch wohl nicht wahr sein. Unterstützend tätig werden kann. Doch, doch, ich werde dir jetzt zeigen. Aber Bob. Was noch geht. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Pass auf, Frank. Ja, Bob. Ich weiß nicht, ob wir rüberschalten können. Auf den Laptop geht das, liebe Regie? Ist es möglich, können wir den Laptop gerade einblenden? Also hier ist ein Kabel dran. Ah ja. Ja. Diese Technik, geil. Genau. Und zwar, GOG. Ja, Good Old Games. Genau. Alle lieben sie. Übrigens von CD Projekt Red, den Machern von Witcher. Nein. Ja. Das von CD Projekt, ja. GOG. Bob, ich sage dir, es ist wahr. Frank, das kann nicht sein. GOG ist das von den Machern von The Witcher. Unglaublich. Und ich wusste es wirklich nicht. Nee? Ich kriege gerade die Tür ein bisschen nicht zu. Ja, wenn du runterscrollst, pass auf, ich freue mal runterheimlich, dann steht es hier unten rechts, CD Projekt, ganz unten rechts steht es heimlich. Bei uns sieht man es nicht, weil bei uns die Spendenbar drüber ist, aber theoretisch würde es da stehen. Ist ja nicht so schlimm. Genau. Und GOG hat eine Aktion ins Leben gerufen, verbunden mit unserer wundervollen Sache, die wir hier machen, die sehr viel Spaß macht. Man sieht sogar dich hier, ne? Und den anderen hier. Bram heißt der. Ja, normaler Tag. GOG.com slash Partner slash Friendly Fire. Und dort kann man Spiele kaufen. Und wenn man diese Spiele kauft, Frank, dann gehen alle Erlöse, also alles, was man damit dann verdient, geht alles in den Pot mit rein. In den Spenden. Also alle, nicht alle, also alles, alles. Die Spiele, die man hier sieht. Ich tue natürlich doof, damit ich die Frage stellen kann. Es geht wirklich alles. Es geht wirklich alles. Und wir halten keinen Cent für sich. Alles, was hier gekauft wird, geht komplett. Alles, was hier hat Geld, über den Tisch geht. Also zum Beispiel die gesamte Gothic-Reihe, die gesamte Gothic-Reihe, Tropico auch, The Inner World, geil. Pizza Connection. Pizza Connection. Das heißt, die ganzen Leute müssen mitgemacht haben. Ja. Und die müssen ja gesagt haben, ja, wir wollen keinen Gewinn davon haben, sondern es geht alles in den Spenden-Pot. Wenn ihr also Gothic spielen wollt, die ganze Gothic-Reihe, oder The Inner World, oder was ist das Tropico Reloaded. Oder wenn ihr schon immer mal eine digitale Pizza machen wolltet, dann könnt ihr das Pizza Connection ist auch ein sehr, sehr geiles Spiel. Es gibt auch Let's Plays dazu auf YouTube. Das Geilste an GOG ist ja auch, dass sie ermöglichen uns, uns Gamern, heutzutage Spiele zu spielen von früher, ohne Emulatoren und so weiter. Aber nicht nur. Nicht nur der Unterschied ist, es ist quasi ein bisschen, man kann sich ein bisschen vorstellen wie Steam, aber ohne dass du Steam starten musst und du musst auch nicht GOG starten. DRM-Free. Genau, DRM-Free. Das heißt, ihr könnt hier einfach so starten, ihr müsst kein extra Tool starten, einfach direkt von Platte. Und da gibt es halt ewig viele alte Games. Ich spiele zum Beispiel auf dem Retro-Channel, da habe ich momentan die Sachen, die da laufen, laufen über GOG. Das heißt, die ganzen Retro-Games kommen quasi von da. Es gibt aber nicht nur Retro-Games, sondern inzwischen auch viele neue Games. Das heißt, inzwischen heißt es gar nicht mehr Good Old Games. Ja. Ich wollte gar keine Werbung von Retro-Channel machen. Ich wollte nur erzählen, dass ich da... Es heißt einfach nur noch GOG. Genau, es heißt nur noch GOG. GOG. GOG.com. GOG.com. Was ist denn GOG.com? Ja, und wir haben sogar noch, unglaublicherweise, Frank, wir haben sogar noch Trailer, ein paar Videos von Leuten, die euch ein bisschen was dazu erzählen wollen, zu dem Ganzen, die wir jetzt... Oh, endlich werden wieder Trailer eingespielt. Das hatten wir ja schon lange nicht mehr. Toll, da können wir wieder faul sein. Frank. Okay, Mats ab. Mahlzeit. Ja, Mensch, Friendly Fire geht in die nächste Runde. Eine richtig geile Sache. Und wir Piranhas, die Macher von Gothic, Risen und Elex, unserem neuen Rollenspiel, das gerade ein paar Wochen auf dem Markt erschienen ist, unterstützen natürlich Friendly Fire volles Pfund mit unseren Titeln der Gothic-Reihe auf GOG. Der Erlös vom Kauf eines unserer Titel in den zwölf Stunden ist für einen guten Zweck. Wir hoffen, ihr habt eine Menge Spaß im Stream, wird bestimmt geil bei den ganzen Hochkaräter und macht mal ordentlich mit, ist für eine gute Sache. Liebe Grüße aus dem Ro-Pod und bleibt uns gewogen, wir bleiben dran. Ach so. 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 Hi, wir sind die Fisbins und die Einnahmen von The Inner World werden gespendet in euren 12 Stunden hier, wo die Aktion läuft, von GOG.com, hier schön abgebildet mit Wollmaus, Flötennasen sind nicht erwünscht. Und schaut euch doch auch mal The Inner World 2 an und da könnt ihr einfach auf innerworld.de gehen, da gibt es alle Versionen als Klicks und da könnt ihr Flötenasen erleben und nicht Flötenasen. Und ansonsten viel Spenden, viel Spaß noch, bis bald. 3, 2, 1. Hallo zusammen. Hi Leute. Ich bin Maria. Und ich bin der Olli. Und wir sind von Kalypso Media, arbeiten zurzeit an Tropico 6 und sind damit die Mitarbeiter des großen Elb-Präsidenten höchstpersönlich. Hier ist er. Genau, und der große Elb-Präsidenten, der macht auch mit bei der Spendenaktion. Und zwar, wenn ihr auf den folgenden GOG-Link klickt, dann könnt ihr euch Tropico 1 bis 5 kaufen und alle Erlöse gehen dann auch mit in den Spendentopf. Falls ihr Tropico noch nicht kennt, das ist die Städteaufbausimulation mit richtig geilen Humor und die einzig wahre Diktatorsimulation da draußen. Also wenn ihr mal einen Wohltäter spielen wollt oder auch das genaue Gegenteil, dann ist das was für euch. An dieser Stelle wünschen wir euch noch ganz viel Spaß bei einem Friendly Fire Stream. Und denkt dran, Tropico 6 erscheint schon 2018. Genau. Also macht's gut. Tschüss. Ja, das waren aber schöne Trailer. Das waren aber sehr, sehr gute Trailer, Frank. Mega lustig. Vielen, vielen Dank für den Einsatz. Ich dachte, es werden jetzt so normale Trailer. Das krass ist, ich wusste, die Aktion mit GOG wusste ich, aber ich wusste jetzt nicht, dass die Publisher auch noch extra Trailer gemacht haben. Und es ist unglaublich krass, es ist wirklich unglaublich krass, was mit Friendly Fire inzwischen, was das alles geworden ist, wer da alles mit so reinspielt und wie das alles funktioniert, das ist wirklich unglaublich krass. Und das alles, das muss man einfach sagen, es entstand aus einer Schnapsidee im wahrsten Sinne und wir konnten das quasi machen einfach dank euch. Deswegen vielen, vielen Dank und vielen, vielen Dank, dass ihr uns jedes Jahr wieder weiter überfahrt und wieder überfahrt und nochmal überfahrt und noch einmal drauf. Vielen, vielen Dank. Mega. Ich kann nur hoffen, dass wir dem auch jedes Jahr immer noch gerecht werden können. Ich habe Angst vor der Zukunft. Wir müssen halt Quatsch machen, ne? Also wir müssen uns halt Sachen ausdenken und Quatsch machen. Aber ich glaube, das können wir ein bisschen. Ich weiß nicht. Das haben wir ein bisschen geübt. Sieben Jahre lang. Sieben Jahre lang. 18 Jahre lang. Sieben, fünfmal. Und was machst du so beruflich? Ja, ja. Quatsch. Scheiße. Ich mach einfach Quatsch. Ich mach eigentlich Scheiße. Ich mach Quatsch. Ich mach Quatsch. Ich mach Quatsch im Internet. Geil. Geil. Ja, was ist der nächste Punkt? Ja, ja. Es geht ja noch weiter. Es geht ja noch weiter. Ja, achso. Entschuldigung. Das hatten wir schon erwähnt. Wir haben ja auch die Linecast-Freunde, die wir ja auch hier vorne nochmal sehen können. Hier die Sachen von Linecast. Da könnt ihr auch noch beim Gewinnspiel mitmachen. Ihr geht einfach dann auf den Twitter von Linecast. Ist das diese Peripherie, von der alle Welt reden? Das ist diese Peripherie, von der alle reden. Guck mal hier. Das ist aber sehr schön, oder? Ich hab's schon übersehen. Das ist ja auch das, was ich gerade nutze, um mit euch zu reden. Das stimmt nicht. Das ist ein anderes Mikrofon. Das war Quatsch, was ich gerade erzählt habe. Okay. Genau, das wollte ich mir erzählen. Und, genau, GOG und, genau, Handy Games ist ja auch ein Partner von uns. Genau. Und die haben nicht nur eine große Auswahl von Spielen auf ihrer Seite. Das werden wir gleich mal zeigen. Ich muss auch noch mal ganz kurz, wir müssen abwarten, bis das hier springt, bis zu dem Friendly Fire-Ding, weil das sieht mega aus. Da, jetzt schnell! Schnell, schnell, schnell! Schnell auf den Laptop, 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 Laptop. Oh Gott, es ist so knapp. Servus, wir sind Handy Games und wir machen auch bei Friendly Fire 3 mit Tierzockt. Wir spenden für einen guten Zweck. Wenn ihr heute über den Link in der Beschreibung eins unserer Spiele kauft, dann spenden wir unseren kompletten Erlös an genannte Vereine. Wir möchten auch unterstützen, deswegen sind wir heute dabei. Ihr habt zum Beispiel die neue Nintendo Switch. Warte mal, die ist gar nicht neu. Guckt euch zum Beispiel Aces of the Luftwaffe Squadron an. Das ist jetzt erst frisch rausgekommen auf der Nintendo Switch. Das ist ein richtig cooles Bulletail Game. Und scheiße schwer ist das auch nicht. Was ihr mit bis zu vier Spielern auf der Couch auf eurer Nintendo Switch zocken könnt. Check Townsman out, dann schaut ihr das Gewusel von den kleinen Townies an. Unser Aufbaustrategie-Hit und natürlich auch unsere World War II Games der Frozen Front Serie. Schlüppt in die Rolle eines Generals und stammt euren Gegner in dem Boot. Packende taktische Gefechte im zweiten Weg. Und die klassische Rundenstrategie auf euer mobiles Gerät bringen. Viel Spaß dabei und danke für eure Unterschütze. Also, jetzt unter dem Link Spiele kaufen. Ich freue mich, dass jetzt direkt der Laptop gezeigt wurde. Das hat gut geklappt gerade. Ja, es läuft auch noch weiter. Wir warten gar nicht. Ich hör dir. Das ist ein Traum. Arbeiten mit Profis. Geil. So, geil. Geil. Liebe Grüße an die Regie. Liebe Grüße an die Regie. Ich mag Chaos. Auch wenn es ein bisschen chaotisch ist, wenn nicht alles funktioniert. Ich finde das sehr sympathisch. Ich finde das auch sehr, sehr gut. Eigentlich wollten wir auf den Laptop schalten, um da dieses tolle Bild zu zeigen. Wir können da kurz abwarten. Warte. Ja, okay. Ich kann es auch nicht beeinflussen. Der nächste ist es. Warte, warte, warte. Kann ich es hier beeinflussen? Hä? Ist es doch nicht. Hier unten. Warte, warte, warte. Ich habe es gleich. Warte. Hier. Wir sind jetzt schon auf dem Laptop. Hier. Nee, auch nicht. Hier. Jawohl. Ja, nice. Also, handy-games.com. Könnt ihr auf die Seite gehen, dann klickt ihr einfach auf dieses Ding hier. Auf das Friendly Fire Logo. Das. Jetzt geht es gerade nicht. Loll. Kein Internet. Das Internet ist gerade kaputt. Unity Media Launch. Okay. Naja, auf jeden Fall, wenn ihr da drauf drückt, dann kommt ihr zu den Spielen, die da im Angebot sind. Und das läuft genauso wie bei GOG. Die sind alle so eingestellt, dass wenn man da Geld reintut in den Automaten, dann geht das Geld durch so eine Schlauchanlage mit einer Chemie-Fabrik-Sache durch andere Schläuche wiederum mit der Post dann weiter in den Pott hier hinein. In diesen Pott hier hinein. Du bist schon fertig, ne? Was? Nein, es geht noch weiter. Achso, Entschuldigung. In diesen Pott hier hinein. Also, die Spiele, die ihr euch da holt. Und unter anderem, es sind halt Handy-Games, Mobile-Games, aber es gibt auch ein Switch-Spiel. Ein sehr, sehr neues Switch-Spiel, was ich jetzt gerade natürlich nicht sehen kann. Aber das könnt ihr dann sehen, wenn ihr da raufklickt. Und das ist sehr gut. Das war der Trailer gerade, glaube ich, ne? Also, ich glaube, wir haben es ja eh gesehen, wenn wir hier kein Netz haben, dann passt schon. Der Trailer lief ja gerade. Das passt schon, genau. Wir müssen eh, glaube ich, langsam runterschalten, weil wir uns hier ein bisschen verquatscht haben. Bitte. Bob, ich danke dir. Danke, Frank, dass du da warst. Endlich habe ich erfahren, was die besten Produkte auf dieser Welt sind zum aktuellen Zeitpunkt. Wir schalten rüber in die Sendezentrale. Das heißt, ich nehme mir ganz kurz die Beine in die Hand. Ich muss nach unten laufen. Ja, du musst jetzt nach unten. Ich muss jetzt schon unten sein. Wir schalten nach unten. Ich bin sofort wieder da. Bis gleich. Jetzt umschalten, bitte. Ja. Wir waren auf dem Eschen. Wir waren hier unten noch nicht vorbereitet. Wir haben die Ammoderation von da oben runter bekommen. Wir sitzen aber auch hier nur zu dritt, wie man sieht. Gerade, wenn der Zoom jetzt auch so langsam rausgeht. Wir sind drei, weil der Stuhl ist noch frei. Da holt nämlich noch die liebe Pan hin. Und der Stuhl da vorne ist noch frei. Da kommt natürlich der Erik noch hin. Und da spielen wir nur eine Wethat. Aber das Spiel kennt man von letztem Jahre. Und bei uns auf dem YouTube-Kanal hieß die Folge anschließend Pan wird nass. Und das wollen wir natürlich dieses Jahr wieder haben. Wo bleibt jetzt der Erik? Kann ja mal jemand hoch runterschreien. Der labert sich nämlich dazu. Ansonsten können wir an dieser Stelle sagen, vielen Dank für 209.109 Euro, die mittlerweile schon aktualisiert worden sind. Das ist krass viel Geld. Und hier auch die Waffel und JV Surfer. Und wen haben wir da noch? Lisa Methaler. Voll krass. Also wirklich vielen, vielen Dank. Wir sind jetzt bei, wie spät haben wir gerade? Viertel nach sechs. Ungefähr viertel nach sechs. Und man muss halt da tatsächlich mal sagen, letztes Jahr hatten wir zu der Zeit, ich glaube, 80.000. Ja, oder irgendwie so. Also auch so unfassbar viel Geld. Eigentlich hatten wir jede Stunde 20.000. What? Jetzt haben wir drei Stunden, ja, so. 16, 70 vielleicht. Okay. Ja, kann man halt machen, wa? Muss man ganz ehrlich sagen. Also wirklich vielen, vielen Dank dafür. Da kommt sie. Hallo. Machen wir hier noch die Übergangsmoderation? Ja, jetzt warten wir noch auf den Gronkh. Der kommt auch sofort. Aber unfassbar viel Kohle. Also es ist halt bescheuert. Ja, es ist lächerlich viel Geld. Es ist halt. Wir drei stinken wahrscheinlich jetzt richtig hart, weil wir sind die Stinke-Eier-Ecke. Und ihr seid so die... Nee, nee, ist weg. Oh Gott, ja? Ja, ist tatsächlich. Der stimmt immer. Du Arsch. Was soll das denn heißen? Du weißt, dass es wahr ist. Das ist mein neuer Lieblingsbuch. Das möchte ich, äh, du weißt, dass es wahr ist. Voll geil. So, da kommt er endlich. Ey, Rick. Jetzt geht los. Ey. Nein. Ich weiß, es tut uns natürlich schon noch vier Mal. Wir haben es natürlich, wir haben es unklug gelöst, ja. Oder? Nein, da war schon richtig. Da war richtig? Ja, jetzt bleibt hier sitzen. Ist okay. Ich bin eine nur schwarze Erscheinung. Ja. Es tut uns leid, ja. Wir haben, also klug wäre es gewesen, wenn du gerade jetzt dort nicht mitmoderiert hättest und dann nicht, oder nicht hier dabei gewesen wärst. Nein, ich glaube hier. Alles gut. So, wir spielen jetzt eine Runde. Oder, äh, Wet Hat. Ja, das ist relativ simpel. Funk setzt sich jetzt den Helm auf. Fängst einfach mal an. Ja. Ja, der wird ja kurz festgemacht, weil Sicherheit ist ja wichtig. Und dann hat er davon diese kleine Drehscheibe. Die nimmt er sich jetzt mit beiden Händen, genau. Zeigt sie kurz in die Kamera. Ja, schön. Was ist da? Da gibt es nämlich, was gibt es da? Den Einfachdreh, den Zweimal, Entschuldigung, den Einmalzieh, den Zweimalzieh und Skippen. Ja. Und jeder ist auch mal dran, Reihe um. Und du musst halt ziehen und wenn du Pech hast, läuft dir halt der Saft über das Gesicht. Muss ich was beachten? Portemonnaie aus der Tasche legen oder irgendwas? Ne, unsere Hetzel ist schon ab, deswegen haben wir jetzt diese Gurken in der Hand. Okay. So, und ich bin halt für diese Reihe hier zuständig, um uns allen Sound zu geben. Wir haben gerade die Eier püriert und oben reingelegt. Das, was im Mund war, ist jetzt hier oben drin. Das, was der Haider uns gezeigt hat. So, dann ich spinne mal den Spin. Ja. Und voll abge... Einmal, okay. Einmal, einmal ist in Ordnung. Sucht man sich einfach was aus. Ja, also wie immer. Musst du nicht noch drehen? Das hier oben muss ich drehen. Ja, weiß ich nicht. Dann drehe ich mal das. Musst du mal das nicht am Anfang drehen? Ja, ich glaube, man muss das am Anfang drehen. Ich glaube, das darf man nicht jedes Mal drehen, weil da wird nämlich der Zufallsding geändert. Also jetzt einmal gedreht und dann reicht. Jetzt einmal gedreht und jetzt ist es fix. Und jetzt nehme ich dann einfach... Ja, ich nehme den hier, ne? Ja. Und dann wird... Einmal das Mikro ein bisschen weiter weg. Und wie ziehe ich das raus? Einfach... Einfach ziehen. Oh! Schade, Erik. Wie ist das jetzt am Ende? Ne, du bist der Nächste. Ne, ne. Uhrzeigersinn. Achso, echt? Ja, komm. Ja, Erik. Mensch. Lass mich so halten, da kann es rauskommen. Also ich setze mich da auf den Kopf. Ja, dann Sicherheit muss... Wie ist das denn? Sicherheit muss sein. Jetzt noch den hier, ne? Von meiner Kamera ab. So, warte. Dann mache ich das. Oh Gott. Alter, was sind das für ganz kleine Köpfe? Stinkt ja nicht. Ja, aber meine Hände stinken. Harn, Ihre Hände stinken noch? Nach einem? Ja, dann drehen. Du siehst aus wie ein Bob damit. Und das ist voll klein. Ich habe einen kurzen Kopf jetzt. Alter, das tut voll weh. Dann lass halt das Seil auf. Oh, hat er den Finger hingehalten? Warte, ich wollte gerade sagen, hat er... Ja, das... Warte, ich habe es festgehalten. Hat er den Finger hingehalten? Hat er den Finger hingehalten? Hat er den Finger hingehalten? Was heißt denn, die Börse? Was steht denn da drunter? Skippt hören. Ja! Also das sah jetzt nicht legit aus. Das sah jetzt irgendwie geschummelt aus. Du, der ist so gedreht und dann stopp. Ich war mal ein Pin und da habt ihr gesagt, ich soll nicht schummeln. Scheiße. Dann hast du noch mehr geschummelt. Dann habe ich noch mehr geschummelt. Ja, ja. Ich lasse es einfach so auf. Ja, ist besser. So, du sagst halt schon scheiße. Komm, bei dir sieht das einfach richtig aus. Das sieht aus wie, ich würde zu Einkaufen gehen an deiner Stelle. Mit so einem Propeller oben. Ja. Oh, ein Pin. Na klar, ich gehe schon mal ein bisschen weg. Oh Gott. Es läuft nur runter, keine Angst. Es explodiert. Es explodiert. Das war ganz schön einfach. Also ich möchte dich daran erinnern, beim letzten Mal bist du nass geworden. Ganz schön. Skippt hören. Das kann doch nicht sein, dass ihr alles skippen dürft. Oh, guck mal, mir passt der. Zwei Pins, komm, zwei Pins. Mach es. Fürs Team. Der ist schon zu groß, ja. Da kann ich mit auf den Bau gehen, ey. Das sieht zwar aus wie der letzte Depp, aber guck mal, ich muss jetzt einen pullen. Gibt es hinten noch, ne, da habt ihr noch einen, über. Okay. Wie ziehe ich den, muss ich den drehen? Ne, ich muss den einfach nur rausziehen, ne. Das ist krass. Letztes Mal hatte ich auch schon so viel Glück, aber... Ah! Wie viel ist denn da drin? Oh, das ist in meinem Bauchnabel. Das ist in meinem Bauchnabel. Oh, da kommt ja noch mehr raus. Oh, jetzt ist es in meiner Unterwäsche. Jetzt bin ich wach. Geil, weißt du? Weißt du, wenn einer aufsteht vom Studio, ist er eine Pfütze, ne? Ist der Red Bull drin, damit wir nicht wach werden? Weißt du, dass die von anderen passiert. Ja, oder? Das ist viel witziger dann. Das müsst ihr jetzt wieder voll machen. Haben wir eigentlich hier ein Behältnis? Ne, haben wir nicht. Okay. Dann gib das mal ganz kurz. Ja, klar, natürlich. Ich kann eine Suppe reinfüllen. Das ist ja kalt. Ich will nicht. Also, das ist an meinem linken Salzsäure dran vorbei. Ein bisschen an Über-Ei. Da ist mehr drin als letztes Mal. War das nicht beim letzten Mal auch so, dass er zuerst nass wurde? Ja, war es auch. Oh, scheiße. Du auch, ja? Der kam als zweites. Pan, 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 pan. Ja. Jetzt stellen wir uns das auf den Kopf. Jetzt stellen wir uns einfach das auf den Kopf. Irgendwas ist nicht hier verbrannt. Ah. Irgendjemand hat Lava reingefüllt. Ich kriegst ja das als erstes. Ja, ist egal. Eigentlich der Frank wieder, oder? Ja. Ja, eigentlich, ja. Ich würde sagen, wir gehen in der Reihe weiter, oder? Achso. Achso, na dann bin ich dran. Hast du schon reingefüllt? Ja. Ja, guck mal, das trockst du gerade. Ja, jetzt werd ich ja schon nass. Das geht ja schnell. Komm, ich halte das mal für dich. Ich danke dir, ne? Wenn die das nicht richtig einfüllen können, das alles... Das ist unfassbar, ey. Danke. Das läuft immer noch runter, ey. Ich sollte nicht so laut lachen. Hä? Oh, warte. Entscheidet euch, was ist das? Das rote? Nee, ja. Ja, ja, eindeutig, eindeutig. Also das ist ja eindeutig zwei hier. Das seht ihr. Ja, eindeutig zwei. Okay. Da ist jetzt Altmänner-Schweiß drin, ne? Hä? Nein! Was für ein geiler Ficker bist du bitte? Oh fuck, wenn du das jetzt machst, bin ich auf jeden Fall nass. Ich werd dich umarmen dabei. Ich werd dich einfach umarmen. Ach so. Ich pupse voll. Huh. Also ich wär ja für... Ich wär bei dir ja für Pull One and Spin Again. Das Leben zog ganz kurz an mir vorbei. Aber es geht wieder. Oder Reverse. Das würde ich auch gut finden. Das ist alles gut. Was ist denn da los, Fang? Das ist ja ein tolles Spiel. Ich wusste gar nicht, dass es so einen Trick gibt, ey. Ja, ich wusste auch nicht, wie viel Spaß das machen kann. Wenn jetzt wieder Reverse kommt... Nein, tust du vielleicht nicht. Wenn jetzt wieder Reverse kommt, wäre das nicht mehr so lustig. Das darf man halt nicht festhalten, ne? Nee, nee, nicht festhalten. Einfach nur machen. Ja, es ist... Was ist das? Pull One and... Pull One and Spin Again! Das sieht nicht so gut aus für dich, Fang. Du siehst gleich nicht mehr so gut aus. Ja, ich bin ja schon lass. Okay, dann nehm ich den. Alles klar. Ein Mann der Tat. So, und dann nochmal spinnen, ja? Alles klar. Ein Mann der Tat. Und nochmal spinnen, alles klar. Nee, nur Pullen. Noch einen Pullen. Na, Spin Again. Und ich hab ja gespunnen. Und nun muss ich nochmal pullen. Genau. Alles klar. Okay, der ist es. Der ist es. Der zieht einfach mal vier. Krass. Wie krass. Nein, Erik ist klar. Reverse. Reverse. Der Uhrzeigersinn ist geändert worden. Ja, der Uhrzeigersinn ist geändert worden. Nach, Fang, bist du dran. Ja. Das reimt sich sogar. Ich dachte, das geht nur einen nach hinten, also nochmal einen zurück. Nein. Die Richtung ändert sich. Wir wollen mich doch verarschen. Nein. Das stimmt. Ich mein, mir wär's egal. Ich bin im Beislein. Ich bin im Beislein. Ich bin im Beislein weg, ja? Das ist voll gelogen, aber egal. Nur weil mir der Helm steht, ja? Ja, das stimmt. Da seid ihr alle neidisch. Du bist auch der Einzel, der immer den Sicherheitsgold anlegt. Und wo ich noch Platz hab. Ja. So. Zwei. Ja. Ja. Ich bin so safe. Wie sich man grad gefreut hat. Zwei. Du bist schon na. Ja. Du bist schon na. Bin ich. Wo hab ich denn noch welche? Also da hab ich noch einen. Da hab ich zwei und da. Nimm ich vorne zwei, hinten zwei oder bei jedem ein? Habst du hinten noch zwei? Ich hab hinten zwei und vorne zwei. Ich hab mal ne Frage. Wenn du die hinteren wegnimmst, sieht's aus wie ich fühle. Ich hab mal ne echte Frage. Hat eigentlich irgendjemand das Ding gedreht, bevor wir da auf den Kopf gesetzt haben? Nein. Stimmt. Wir haben uns ja nicht gemerkt, wo sein Loch war. Scheiße, was hab ich denn vorhin gezogen? Aber du hast, glaub ich, ein bisschen gedreht beim Ziehen, wa? Ja, ja. Ein bisschen, aber... Und es war ja auch weg. Ich zieh jetzt einfach mal, ich zieh jetzt einfach mal die vorne. Das ist für die Kamera schöner. Ja. Ich werd ja eh nass. Komm, gib mir. Spin again. Komm, reverse. Ich hab ja zwei Stück. Wie viele Löcher gibt's denn? Na, Pan. Ich bin grad echt gefährlich. Na, Pan. Wenn ich den jetzt zieh und da ist nix... Oh, Gott, nein! Ja! Oh, Gott, nein! Geil! So, Pan. Ich hätte nicht so laut lachen sollen. Warum bin ich immer so gehessen? Ich sitze schlecht. Da kann man den Eigeruch abwaschen. Erik, möchtest du mit mir tauschen? Wie sich das anfühlt, ey. Das ist... Oh. Ich bin glücklich, wo ich bin. Was geht dir grad durch den Kopf? Wasser. Fischige Eier und Wasser. Fischige Eier. Erik, was sagst du zu fischigen Eiern? Jetzt kommt reverse. Kenn ich. Das Problem hab ich schon ein Leben lang. Endlich spricht's mal jemand an, weißt du? Das muss in die Öffentlichkeit getragen werden. Okay, dreh, 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 dreh. Ja! Du musst beide ziehen! Gott sei Dank! Wuh! Was sagst du dazu? Kacke ist das denn jetzt? Wir können auch einfach das ganze Behältnis über dich drüber kippen. Das ist die Alternative. Aber vielleicht hast du... Das ist auch nicht mehr so lustig. Vielleicht hast du ja Glück. Vielleicht ziehst du ja beide und bleib trotzdem trocken. Das wär geil. Wir haben da können auch noch mal gekütteln. Loll! Hinten. Hinten. Ich hab vorne die gezogen. Du kriegst hier hin. Das ist eins der anderen Dinger, die schon raus sind. Vielleicht kommt ja wirklich nix. Na. Kann sein. Na. Das kann sein. Na, na, na. Das ist ja echt. Siehste? Oh, das ist wirklich der Letzte. Das ist echt das Letzte. Ne. Oh! 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 Oh Gott! Oh! Oh Gott! Oh! Und ich hab wirklich nur ein BH drunter. Das ist grad alles nass. Oh, das ist in der Unterhose angekommen. Ja, das Gefühl kenn ich. Mhm. Ja. Ja, hört nicht aus. Ich find das irgendwie lustiger, wenn man dem zuguckt. Das ist nicht so lustig. Ich bin dafür, dass du das auch mal spielst. Ja, da ist doch ein Stuhl frei. So, du hältst kurz. Ja, gerne. Ich steck kurz. Bist du jetzt dran? Achso. Ach ja, klar. Wir haben ja immer noch... Meinst du, es ist schon wieder fast trocken, Pat? Du gehst reversing. Ja, ich hoffe immer... Es geht sofort weiter. Ich mach jetzt nochmal ein Reverse. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das wär ganz toll. Ich würd euch echt freuen. Machst du ein Reverse einfach? Ich mach jetzt einfach ein Reverse. Sprech mal einfach ab. Ich hoffe, du wirst nass. Hä, warum bist du so hässig? Diese Frau steckt voller Hass. Sind das aufgestaute Emotionen bei euch? Ich glaub, ja. Ja. Fermentierte Emotionen. Die alte Plus-Viersau. Boah, ist das ekel. Hat der, wie er es auch richtig voll gemacht hat, bis zum Anschlag, Alter. Da geht aber noch mehr rein. Ich bin ja der Erste. Ich bin immer noch für heiße Suppe. So, ein paar mal drehen. Ja. Damit dann auch nicht mal keiner mehr weiß, wo was jetzt ist. Ja. Ja, Uri. So. Morgang, join the group. Ich werd euch alle nass machen, wenn ihr versteht. Pool one. Das wär jetzt Pech. Das wär jetzt echt Pech. Nee, komm, die Chance ist zu klein. Aber schon lustig. Schade. Schade. Aber ja, leicht. Das ist die Erleichterung, da kommt wieder Großquartier. Ja, dann ist natürlich jetzt dein Pech, wa? War das nicht so geil? Vorsitzender, leh ich die Brille schon mal ab, weil das kann nicht lange gut gehen. Wie, du machst jetzt Reverse. Pull one and spin again. Okay. Also ich muss was hier jetzt irgendwie einfach rausdrehen. Ja, einfach ziehen. Einfach rausziehen oder drehen. Ziehen. Und jetzt drehst du nochmal. Nein, 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 ich dreh nicht nochmal. Doch, das machst du. Ich will, dass Mori auch Freude hat. Yeah. Pull two. Pull two. Das sind drei Stück in einer Runde, aber du kannst, ich mein, Pan hat's auch geschafft. Ich wollte aber auch mal. Das kann nicht lange gut gehen. Das ist schon mal Prilzittern, ne? Alles gut. Noch nichts passiert, noch nichts passiert. Alles okay. Warte, warte. Ich glaube, der ist es jetzt. Ja, der war ja auch einfach, oder? Ja. Alter. Es ist doch schon ein bisschen nervös, Herr Mürgen. Ja, aber ganz ehrlich. So. Wer macht hier wen ganz Mürgen? Wir haben uns mal gucken. Ich weiß es einfach. Ich weiß es nicht. Oh Gott. So, Mori. Sieht schön aus. Das sieht aus wie hier. Carlson auf dem Dach. Carlson auf dem Dach. Carlson. Wimtson auf dem Dach. Das sieht süß aus. Was Besonderes. Pull one. Komm ein. Easy. Das nackt du. Die erste Dusche seit Monaten. Ich habe auch erst das so. Lava. Dennis, auf. Zieht. Hier, hier fangt. Dein Helm. Wie eiskalt er das getan hat. Die sind ja noch nicht alle nass geworden. Also, so geht das ja nicht. Vielen Dank. Stupid. Vielen Dank. Und Dennis. Der gute Dennis. Na, erst mal. Ach so. Ja, macht Sinn. Der Name ist auch schön. Das Wasser ist noch drin. Ich habe nur geschwitzt. Bleib geheim. Ach so, du hast nur geschwitzt. Ach so. Sarah Muni. Auch dir Dankeschön. Und Bärbel auch Dankeschön. Matze 86, Alter. Matze 86, du bist wahnsinnig. Und Subit auch dir Dankeschön. Ganz, ganz lieben Dank. Da geht aber ganz schön viel rein. Dennis, ja, die kenne ich. Ah, es spenden nicht genug, deswegen laufen die durch. Es sind einfach zu wenig Spenden, meinst du? So. Du hast ja nicht genug angezeigt. Bleib geheim. Das war 14.000 Euro. Es ist zu wenig. Es ist aber zu wenig. Das reicht doch gerade mal für erste Klasse. Ich weiß wo. Nein. Nein, mehr Leute, mehr Spaß. Ich habe die vorher bestimmt gedreht. Nein. Nur weil du kostenlose Dusche haben willst, ja? Alter, Donald the Duck. Danke, Donald the Duck. Wahnsinn. Und Charles, auch Charles. Auch danke. Oh, Charles. Alter. Alter. Charles. Das sieht aus, als ob ich schwitze jetzt. Alter. So. Dann spieg ich mal ein. Unglaublich. Best of Music. Einmal. Oh, komm. Jetzt zurück. Easy. Der erste ist halt. Wie trocken er das einfach macht. Ja, sorry. Es tut mir leid. Wie trocken er das einfach macht. Man hat sich dran gewöhnt. Ich kann nichts dafür. So gar keine Emotionen spürt er man mehr. Ja. Na, ich gucke ja auch deinen Stream. Seitdem. Du hast also alle Emotionen schon dagelassen. Ja, richtig. So viel jetzt stehen. Ja. Ich hab den jetzt einfach mal andersrum aufgezogen. Du Verwegener. Welch Schelm. Ja, und jetzt muss ich einmal ziehen. Und das ist easy. Ah, klar. Das sieht richtig dämlich aus. Ich seh mich gerade selber. Oh, bitte. Aber war easy. War easy. War easy. War leider leicht. Oh nein. Oh nein. Ah, passiert nichts. Er rückt näher. Jetzt kommt das Reverse. Oh, das wär so geil. Jetzt kommt Reverse. Ja, das wär so gut einfach. Mein Kopf ist ein bisschen zu eierförmig. Jetzt Reverse. Bitte Reverse. Bitte Reverse. Skip. Nein. Oh, guck mal, da ist da noch ein Puder. Nein, das ist überhaupt gar nicht. Es gibt Hörn. Keiner bewegt. Oh nein. Oh nein. Bram, irgendwelche letzten Worte? Ganz schön nass. Ein Pin. Okay. Feuchtfröhliche Angelegenheit. Aber wenn Bram jetzt nicht noch nass wird, ne? Dann machen wir ihn nass. Ja. Scheiße. Oder? 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 Nein. Oh, Erik. Er hat so traurig geguckt. Ich dachte, da käme was. Ich hab nur so traurig geguckt, weil ich die... Nee, eigentlich war das cool. Ja, das ist cool. Oder war's, Freunde? Jetzt wird's... Ich glaube auch. Es kann nicht ewig gut gehen. Slow-Mo schon mal anmachen. 2.15. Geil, dankeschön, dankeschön. Was ist das? Reverse! Es ist Reverse! Es ist fucking Reverse! Das ist... Ja! Ja! Danke mal, Mutti und all die Tüten! Ohohohoho! Geil! Schön! Ey, Bram? Bist du nochmal dran? Ja, ich bin nochmal dran. Achso, das ist ja cool, oder? Okay. Danke fürs Halten kurz. Bram, irgendwelche letzten Worte? Ja, immer in einer. Ein Pin. Vier. Einen. Oh Gott, wie viel Glück haben wir da. Ne, fünf, oder? Das war's. Wir beide sind schon nass. Wir sind hier schon nass. Haben wir Wasser nachgefüllt, ja, ne? Ja. Okay, gut. Ich dachte, ich frag mal. Jetzt fragst du das. In the reverse. Scheiße, du bist. Oh Gott. Mann, wieso drück ich Leuten immer so Sprüche und dann krieg ich's wieder zurück? Das ist so blöd. Also ich, ja? Ich bin voreingenommen. Für mich steht da zwei Pins. Ich weiß es nicht. Es ist Skip. Es ist eigentlich Skip. Aber es ist eigentlich genau auf der Mitte. Es ist eigentlich genaue Linie. Du musst normal drehen. Es ist eigentlich genaue Linie. Ich bin wirklich fair. Wow! Wenn du so aufdrehst, dann meinst du doch immer wirklich fair. Achso, sie hat nochmal Skip gehabt. Sie hat nochmal Skip gehabt. Ich muss das für die Zuschauer, glaub ich, erklären immer. Ich weiß schon, dass du ganz schön an sie bist, ne? Ja, sieh, ich komm aus dem Ruhrpott. Da sind wir so... Ja, aber echt, ey. Hä, was war das denn? Ja, das ist ein Puls. Wer abrutscht, darf nochmal. Ja? Ja? Wer abrutscht muss zweimal. Achso. Nein, doch den Puls. Was sollst du denn jetzt nur noch reden? Wer abrutscht darf nochmal. So, oh, zweimal ziehen, auch abgerutscht. Ja, genau. Ja, was denn jetzt? Ich würde sagen, einen Puls. Ja, mach es. Einen Puls, okay. Also hinten rechts ist bestimmt gut. Wir sitzen hier gut. Oh, 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 den würde ich nicht, den würde ich nicht, den würde ich, oh. Der war einfach, der ging einfach raus. Gucken wir mal nach, ob da nicht wirklich was rauskommt. Tja. Wir sitzen hier gut. Es sind noch drei. Ja, naja, ich weiß nicht. Drei sind noch drin. Ich sitze hier gut. Ja. Zwei sind noch drin. Zwei, nee, drei, ne, oder? Drei, drei sind noch drin. Scheiße. Eins, zwei, drei. Nee, gut, Entschuldigung. Da tut mir leid. Nee, sehe ich nicht so. Bram, wollen wir mal tauschen? Wollen zwei auch nicht tauschen. Okay, noch einpinnen. Oh, nein. Oder? Alter, du coole Sau. Hör auf. Mittlerweile, mittlerweile. Der weiß, wie es funktioniert. Der zählt mit oder so. Ja, genau, ich zähle. Das ist wie Poster. Nicht das Wasser-Ding. Oh, dann hat der Erik das. Oh, das wäre geil. Alter, was? Einfach mal ein Skip. Mori, mach mal ein Reverse. Nein, 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 nein. Ja, Skip wäre super. Skip wäre super. Skip. Nein. Ach, Mori. Ha, 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 ha. Oh. Oh, Mori. Oh, Mori. Das ist ganz schön. Scheiße für dich. Ich mach auch mit. Das ist aber eckerlich. In meinem Kopf läuft gerade so, hello, darkness, my offense. Also, ich muss jetzt einmal machen und dann nochmal spitzeln. Nein, nein, pull zwei Pindeln. Also, einfach zwei Zehn. Du hast noch verloren. Ja, probier es. Du probier es. Vielleicht ist es backt. Oh, der Erektal. Oh, stimmt. Ja, genau. Genau. Guck mal, der wäscht sich gerade. Oh, yeah. Oh, wie ein Telefuschen. Das ist ja das Lobo. Oh. Oh. Bei Bram ist Ende. Bei Bram ist Ende. Geil. Ist es noch eine Runde oder müssen wir umschalten? Wie lange haben wir noch? Wir spielen noch eine letzte Runde. Mist. Erik muss noch nass werden hier. Erik muss noch nass werden. Ziel 6. Mein T-Shirt ist wirklich nass. Ach, dein T-Shirt ist nass? Ziel 6. Nee. Yo. Oh, das ist aber jetzt Rand. Oh. Da würde ich mich ärgern, wenn ich das jetzt kriegen würde. Das fällt die Feuerwehr. So, viele Freunde ist halt auch. Auch benutzbar in der Küche. Damit man nicht sagt, ich schummel. Okay, wer wäre dann da dran? Ich bin dran. Dann ist Erik dran. Okay. Okay. Tati, was wünschst du dir in den nächsten 10 Sekunden am meisten? Zweimal Pull und beim zweiten Mal dann Pull again. Und dann sollst du bitte so weitergehen. Das ist ja cool. Kannst du jetzt viermal das da machen? Ja. Okay, warte. Ah, ich bin so ein Lacker. Ich bin so ein Lacker, Alter. Kein Skill involviert. Das Problem ist, wenn ich jetzt am Anfang schon Skip Turn habe, ist das nicht so geil, weil es hat eine gute Chance, hier einmal rumzukommen. Und wenn es dann wieder bei mir ankommt, sind alle Pins raus. Skip Turn. Achso, ja klar. Das kann natürlich sein. Gut, ja, hast du recht. Dann ist ja gut. Wie fühlst du dich, Pan? Das ist ja gut. Letzte Woche. Oh, shit. Pull one and spin again. Ich wollte ihn nass drehen. Scheiße. Gute Entscheidung, Bram. Aber du musst ja nochmal. Pull one and spin again. Hast du mir das nicht gewünscht? Hast du mir das nicht gewünscht? Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Letzte Woche. Fuck. Das könnte jetzt haarig oder nass werden. Nein, nein, Alter. Oh, wie viel Pech kann man auch machen? Wie viel Pech kann man auch machen? Oh, ihr habt extra Feuer gemacht, oh. Geh weg, du bist nass. Geh weg, nein, lass mich in Ruhe. Oh, wie geil. Scheiße. Wie geil. Ah, schön, dass wir Bram auch nochmal das machen. Ein Träumchen. Aber da war ja ne kurze Runde, da müssen wir noch machen. Ja, ich glaube auch. Also, ich glaube, eine Runde kann man machen. Eimer haben wir noch. Einen Eimer haben wir noch. Einen Eimer. Einen Eimer voll Wasser. Schön. Schluck Tee noch hinterher? Ja, wir machen einfach Skipp. Ich bin heiß. Ich dampf das einfach weg. Ja, krass, ne? Das ist echt wieder trocken. Ah, klar. Hier mal durch die Suppe schieben. Kann ich wieder nass werden? Okay. Pull one. Und diesmal nennen wir die Folge Pan wird doppelt nass. Das hört sich ja weniger pervers an als die andere Folge. Hallo, es geht um Wasser. Verdammt. Okay, so nennen wir die Folge brav. Wir haben den Titel freigegeben. Konfirmt. Die Bahn läuft auf. Und man hat gepostet, es ist viel noch zu verwendet. Oh. Wie geil. Heute kam, oder? Das Bild ist cool. Und das hier? Das Finanzamt. Ja, ja, ja. Und Ed Mastersack. Dankeschön. Geil. 1 zu 1. Letzte Runde. Letzte Runde. Okay, ich dreh mal. Ja. Ich dreh mal. Ja, ein. Ja, komm hier. Das ist mein Liebster. Ja. Oh, mein Handy wird nass. Ihr versteht euch auch echt gut. Bam. Ja. Darf ich endlich wieder? Ja, jetzt ziehen sich alle einfach raus, ja? Ja. Einfach alle rausziehen. Oh. So. Dann dreh ich mal. Das ist ganz schön. Ich bin ein bisschen schadenfroh jetzt. Sag nicht das Rebirth. Ist das Skip-Turn? Skip. Es ist Skip. Okay. Nein, 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 nein. Der tut mir so leid. Nein, der Muri zieht keinen. Da sind noch genug drin. Ich glaube, du bist durch. Nein. Staub trocken. Muri. Was hat er? Zwei? Puls zwei Pins. Aber es sind noch genug drin. Es sind noch genug drin. Das wird schon. Hello, yes. Boah. Boah, ey. Sind die am Move? Erik. Ich hab's gefühlt, ne? Ich hab's kurz gefühlt. Wenn du das jetzt abkriegen solltest, ja? Dann nenne ich die Folge... Sorry. Gronkh und Pan liefen gemeinsam aus. Für ganz Clickbait. Das wäre fett wie Schiffe. Genau nicht. Und als haben wir so zwei sinkende Schiffe. Das ist gut. Das ist die letzte Runde. Zweimal. Das kannst du aber auch alle ziehen. Du warst auch noch nicht nass, oder? Also ich bin jetzt für ein Reverse. Dass die noch trocken sind, ne? Aber ich glaube... Reverse. Das kann nicht immer gut gehen. Reverse. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass ich euch so enttäusche. Aber ich schmier mich nachher mit Butter ein. Hey, Bram. Was geht ab? Bram. Entschuldige. Irgendwann ich letzte Woche... Scheiße. Gerade war es fuck. Jetzt ist es scheiße. Oh, ob sich da was anbahnt? Oh, nee. Oh, nee. Oh, das ist wieder ganz. Das Feld kennen wir aber woher. Oh, nee. Du schaffst es. Ich hoffe, du willst es nicht. Oh, nee. Wie ein trauriger Pinguin. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Oh. Entschuldige bitte. Bram sollte es dir nicht mit nach Las Vegas nehmen. Lieber nicht. Ich finde es schön, wie nass der Tisch ist. Ich hoffe, das sieht gut aus. Oh, Alter. Geil. Ja, alles klar. Das war die kleine Runde hier. 20k. Alter. Das ist unglaublich. Mein Auge ist auch so im Grund nass. Ich weiß gar nicht, warum. Ach so. Vielleicht habe ich einfach geweint. Ich bin auch mal blau. Gehe ich so trocken aus. Ja. Es gibt doch. Ja, ach Funk. Herzlichen Glückwunsch. Wir sind trocken geblieben. Ich dachte, jetzt kommt er irgendwie zum Reinlegen oder so. Ja. Hier, Max. Ja, Freunde. Das war es aus der lustigen Hutrunde. Das war es aus der lustigen Hutrunde. Wir schalten nach oben. Dort passieren jetzt Dinge. Ich glaube, der Pete... Heller von Sinnen Cosplay. Der Pete, genau. Der Pete macht jetzt einen Heller von Sinnen Cosplay. Ich weiß nicht, ob ihr mal das Foto gesehen habt, wo der Pete so geschminkt war. Oder war das nur Photoshop? Ich weiß es bis heute nicht. Das war echt, ne? Das war damals so geschminkt, ja. Okay. Und das wird er heute nochmal wiederholen. Das heißt, der Pete für den Abend... Der Pete wird ihn heute Abend als sexy Heller von Sinnen setzen. Das Mikro ist voll nuss. Wir machen das mal schnell aus. Alles ist aus. Ist alles gut. Ja, alles ist aus. Alles ist aus. Wir gehen ab. Nach oben. Ab nach oben. Zu Peter. Okay.